recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft und zwar sind wir hier in der u-bahn station und sind jetzt auf dem weg zu unserer kathedrale mit den dunkel eichen schwarzeichen setzlingen im gepäck so hier und ich glaube wir müssen in die richtung da hinten ist schon zu sehen sieht von der ferne immer interessant aus weil nur teile davon zu erkennen sind nur ganz weit weg stand dann hätte man auch denken können dass wir irgendwie ein ägyptischer nähe griechischer tempel zu gewesen okay ist diese schlucht da kommen rüber wird ja da hinkommen und die setzlinge pflanzen so wie der michael gesagt hat vier stück brauchen an der die frage ob da der richtige ort dafür ist gefällt mir da eigentlich nicht so fühlt mir das besser so nummer vier die hier irgendwo hinstellen pflanzen möchte stehen da der fische da okay hierhin dahin okay dann sind sie weg jetzt können wir wachsen gespannt wenn es fertig wird groß noch nicht wässern kann man auch nicht ich hoffe das alles so richtig gut das wird unser dach nähe oder doch aber das braucht seine zeit jetzt müssen wir überlegen was wir als nächstes machen tja verglasung fehlt ja auch noch aber die geht ja auch wieder nicht weil hier so stufen sind müssen wir die fenster anders gestalten haußen rum waren wir schon fertig glaube ich glaube das muss noch hier weg oder und kummer das kohls deswegen hält sich das hier gut okay das passt da ist noch eine treppe nach oben da auch müssen wir noch mal gucken vom fernen wie das da oben aussieht ob da noch was zu machen ist 1 2 3 1 2 3 das heißt da muss was anders genau ok hier unten sieht das ganz nett aus da ist interessant das ist aber noch nicht fertig die seite ne ok da fehlen noch treppenstufen ne da fehlen richtige steine und da unten eine treppenstufe haben wir da noch richtige steine dabei nein auch noch nicht aber wir haben 30 abgebaut die müssen wir nur noch brennen gut dann gucken dass wir den ofen kriegen das muss nämlich unterstürzen nach die öfen sind hier hier ist kein feuer drinnen da ist auf jeden fall was drinnen so das läuft dann gehen wir gerade unten laba holen gut mehr. Da lang, da lang, kriegen wir hier die Lava weg, oder? Gut. Und dann einmal hier um die Ecke und dort rein. Ne, die sind schon mal brand, dann geht das nicht. Schwarz-Eiche. Da kann man auch nichts draus machen. Mal rüber. Kann man hier Kartoffeln kochen? Ja, kann man. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Und den Eimer war nicht mitgenommen, oder? Ne, der ist woanders geladen. Okay. Ich wollte schon grad sagen, da passt doch was nicht, ne? Ne, da nicht lang, da lang. Okay. Dann haben wir wieder das Feuer mitgenommen. Und dann da oben. Und der oben macht kein Feuer. Müssen wir grad einmal Holz reinmachen, dann brennt das, ne? Dann ist das hier passiert. Und der. Ich glaub da oben war auch Lava, dann ist das auch besser. Okay. Und da rein. Die Kohle nehmen wir erst raus. Ist fast runtergebrannt hier, ne? Okay. Und der Eimer ist leer. Hat geklappt. Ähm. So. Was machen wir dann? Wir können erstmal die Steine da schon rausnehmen. 20. Kriegen wir sowieso schon was hin, ne? Dann haben wir schon wieder 20 neue. So. Schauen wir nach so oben am Turm. Fenster technisch. So da hoch. So. Okay. Wo sind das? Eins, zwei, drei. Passt also auf der Seite. Mir fehlt hier jetzt ein bisschen... ...das Regal. Das Regal sag ich schon. Das Gestell. Um da hinzukommen. Ich glaub da muss noch einer hin. Und da auch. Ich glaube drei Stufen, eine Stufe, da passt was nicht. Das bedeutet da muss einer hin. Und da. Und da. Jetzt müsste es identisch sein, oder? Sieht so aus. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann kommt der Erste. Da komme ich nicht dran, ne? So. Ich glaub, das ist zu schmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das wäre identisch. Dann ist der Turm ja nicht quadratisch. Und das ist nämlich hier auch so. Ja, dann müssen wir dann noch mal genau überlegen, was wir da machen, ne? Ja, wegen der Treppe war das, ne? Ich glaub, wir müssen das oben ändern. Hm, 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 hm. Ich glaub, wir machen diese weg. Aber ich brauch ne Spitzhocke, um das zu machen. Ja, da müssen wir erst gucken, was wir die kriegen, fertigen. Holz fehlt dann auch in Stäben. Kriegen wir aber gleich hin, denke ich. Ich hab noch ein Eisen, ne? Das ist nicht viel. Können wir alles nehmen. Fertig. Das lassen wir erst mal so. Okay. Und. Ich glaub, da braucht man Rotstein für, ne? Um das zu machen, wenn... Eisen haben wir nicht. Ist noch was hier dran? Ich glaube nicht, ne? Ne, leider nicht. Können wir hier noch ein bisschen davon lassen und davon lassen. Glas haben wir. Nee. Gut, das bedeutet, wir machen uns erst mal... Ja, machen wir zwei aus Holz erst mal, ne? Gut, haben wir. Und... Dann brauchen wir erst mal wieder Pro Montreal. Das machen wir hier weiter. Da gibt's Eisen. Das dauert natürlich länger. Okay, hat aber geklappt. Hä, Spitzhocker aus Holz ist halt nicht die beste, ne? Nochmal zwei. Und komm schon. Äh, sag ich jetzt nicht, ich hab da gar nichts von gehabt, weil ich mit dem falschen Werkzeug gearbeitet hab. Das ist ja echt ärgerlich, ne? Dann müssen wir einen aus Stein machen wollen, ne? Damit das geht, oder? Ja, auf jeden Fall zwei Kartoffeln, die können wir erst mal essen. Ne, die wollte ich wohl nicht brennen. Erst mal wollte ich gucken, dass ich da eine Axt rauskriege. Steinachst. So, die kann ich nicht stacken. So. Dann setz ich die mal weiter da hin. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, das war das passende Finden, ne? Und siehe da, geht auch, ne? Da ist das Eisen. Diesmal kriegen wir es richtig. Ich sehe jetzt nichts, ist ein bisschen dunkel hier, ne? So, gucken wir, was wir noch Fakten kriegen. Warte mal, wir haben noch Kohle, haben wir die mit? Ja. Das bedeutet auch, dass wir Fakten hin können. Äh. Gut. So, sieht doch wie besser hier aus, oder? Äh. Aufzuachst. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht zu nah in Richtung Fluss kommen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ist der Fluss nachher leer, ne? Und hier unten ist voll. Da ist noch einer. Shit, das war natürlich ein Tor. Okay. Das kommt auf jeden Fall da rein. Jetzt können wir den ersten Eisenbahn schon mal raus. Ich glaube, den zweiten warte ich gerade auch noch ab. Der kommt ja auch sofort. Da habe ich auf jeden Fall drei. Da kann ich schon mal was raus basteln. Gut, aber ich denke, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich würde mal sagen, es soll reichen. Oh, seht ihr das? Das ist eine schicke Schwarz-Eiche. Und das auch. Cool, dann wächst das ja richtig geil. Vier Stück, okay. Dann danke, Michael, für diese Information. Na, kriege ich den auch noch. Aber keine Stützlinge gekriegt, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir den nehmen, ne? Schön wäre es ja, wenn wir noch vier Setzlinge hinkriegen, dann, ne? So, ist hier irgendwo was hingefallen, was ich noch brauchen könnte? Das Wasser zum Beispiel. Sieht nicht so aus. Ist hier irgendwo ein Setzling bei? Drei, einer fehlt mir noch, okay. Einen hätte ich gerne noch. Mir fällt jetzt auch nicht so wirklich auf, ob ich einen runter zu mir ist oder nicht. Ah, komm, die 28 setzen wir da erstmal hin. Ah, jetzt ist egal. Vier. Vier ist gut. Die pflanzen wir da drüben ein. Die kommen hier hin. Dann kann da auch eine wachsen. Damit wir unser Dach in schwarz kriegen, ne? Das wird natürlich eine Tortur, aber kriegen wir schon hin. Okay. Ja, gut. Aber wie gesagt, soll es reichen für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.